Ich bin immer derjenige, der meckert. Tag, heute ist Donnerstag, der 28. Januar 2016. Ja, 28. Und ich weiß schon wieder nicht, welches Datum ist. Ja, 28. stimmt. Außerdem bin ich, wie immer, spät dran. Richtig spät dran. Es ist 9 Uhr. 30, 9 Uhr 27 genau. Und eigentlich müsste mit dem Hund schon los sein, weil ich 12 Uhr Schicht habe und ja nicht so viel Zeit habe zum Gassigehen. Aber das Video ist gerade am Exportieren und lade ich jetzt gleich zu Ysouk. Und wenn es am Hochladen ist, gehe ich los. Ich muss nur noch mal checken, ob es regnen soll oder nicht. Es sieht sehr dunkel aus. Und wenn es schlecht windet, dann lasse ich die Kamera nämlich hier. Und es wäre außerdem schlecht, weil ich dann noch weniger Zeit habe, zu erzählen. Aber die Wolken ziehen sich schön schnell. Vielleicht sollte ich die GoPro hier stehen lassen und einen Timelapse machen. Warte, 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 komm mal her. Den muss ich erst mal hier ablegen. Wir sind hier durchgedreht, die Idioten. Bestimmt einer mit so einem Quartier lang gereizt. Ist hier nicht erlaubt. Kümmert nur keinen. Der Förster interessiert sich lieber dafür, ob mein Hund angeleint ist oder nicht. Gut, ich will nicht schon wieder meckern. Zu Hause hatte ich gerade noch Angst, dass es gleich regnet. Aber die Sonne ist jetzt rausgekommen. Schön. Als Vlog von gestern habe ich wieder heute Morgen erst fertig geschnitten. Ich habe gestern Abend angefangen. So ein Viertel oder so bin ich gekommen. Und dann habe ich es heute Morgen fertig geschnitten. Also alles wie immer. Aber die Ruhephase, der Schlaf zwischen dem Erlebten und dem Verarbeiteten im Video, ist auch gar nicht so schlecht irgendwie. Trotzdem ist es heikel von mir, das immer erst am nächsten Morgen zu schneiden. Gerade wenn ich so wie heute 12 Uhr habe. Aber trotzdem ist es interessant. Noch mal drüber schlafen. Und dann Videos machen, ist irgendwie einfacher. Ja, ich möchte ganz gerne noch mal auf die Facebook-Gruppe German Vlogger eingehen. Weil mehr habe ich heute, glaube ich, auch gar nicht beizutragen. Also noch nicht. Und ich habe leider nicht so viel Zeit, dass ich in den Flow kommen kann. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ja, aber die German Vlogger Facebook-Gruppe ist auch gar nicht so unspannend und unwichtig, wie ich finde. Was ich natürlich gestern nicht gemacht habe, in der Spontanität dieser Idee zu schauen, ob es so eine Gruppe vielleicht schon gibt. Naja, aber ich wahrscheinlich schon. Welche Facebook-Gruppe gibt es halt noch nicht. Ja, aber egal. Wir versuchen das jetzt erst mal. Ich habe das gestern ins Leben gerufen, als ich mit Jens ein bisschen über das Vloggen gequatscht habe und wie die Situation in Deutschland ist. Ja, und da ist mir unter anderem halt aufgefallen, dass ich persönlich erstens gar nicht so viele deutsche Vlogger kannte und jetzt erst kennenlernte, dadurch, dass ich selbst mit dem Vloggen wieder angefangen habe und dass entweder ich sie oder sie mich gefunden haben. Mir ist es auch aufgefallen in Kommentaren, also speziell als mich Gilly und Pommesman empfohlen haben mit ihren Videos, danke dafür nochmal, dass unten in den Kommentaren auftauchte halt, danke für den Tipp, kannte ich gar nicht, schaue ich mir an und so weiter und so fort. Also, und ich glaube, es ist auch schwer, neue Vlogger überhaupt kennenzulernen. Also, die YouTube-Suche und so ist Katastrophe. Ich finde die schlimm, die YouTube-Suche. Obwohl das eine der meistgesuchten Suchmaschinen inzwischen ist, aber ich finde die YouTube-Suche schlimm und speziell auch in Deutschland ist da so viel Scheiß, der dann immer nach oben gedrückt wird in der Suche. Weil halt, das kotzte mich damals auf iTunes schon an, jeder deutsche Sender pusht da seinen Scheiß auch nochmal rein. Klar, ich kann es verstehen, ich weiß, warum sie es tun und warum sie es machen, aber es ist auch nervig. Na ja, und deswegen, wie gesagt, jetzt diese Facebook-Gruppe. Und zwar, dass wir uns da ein bisschen vernetzen, dass wir uns kennenlernen, dass wir neue Vlogger kennenlernen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns helfen, dass wir unsere Fragen beantworten. Also, wenn jemand Fragen hat, soll er die da bitte reinschreiben. Und wenn jemand am Vloggen interessiert ist, noch nicht angefangen hat, aber interessiert ist daran, auch dafür ist diese Gruppe da und dass wir diese Leute auch ein bisschen unterstützen können. Also sprich, Netzwerken, ganz klar. Und ja, ich habe die Gruppe öffentlich gelassen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, keine Ahnung. Ich finde, Facebook-Gruppen sollten eigentlich öffentlich sein, gerade so ein Thema. Und wie sollen wir jemanden in die Gruppe holen, der sich fürs Vloggen interessiert? Ich steppe die dicke Kamera mit und vergesse eine zweite Speicherkarte. Jetzt ist die erste Speicherkarte gerade voll. Na ja, ich versuche mir zu merken, wo ich war, aber ich nehme mir das jetzt zusätzlich nochmal hier auf dem Handy auf. Wenn es denn keine Zeit mehr nachher ist oder so, dann habe ich wenigstens was. Also ich habe diese Facebook-Gruppe gegründet, weil, ja, das habe ich euch schon gesagt, und ich habe sie erst mal öffentlich gelassen, um, ja, weil ich einfach glaube, dass es sinnvoller ist. Wir können da gerne drüber diskutieren. Also sagt eure Meinung, warum ich sie vielleicht schließen sollte oder warum ich sie öffentlich lassen kann, wie auch immer. Wichtig ist, wenn ihr Vlogger kennt und auf Facebook geedit habt oder in den Kontakten habt oder ladet sie ein in die Gruppe, damit diese Gruppe anwächst und das irgendwie auch alles einen Sinn macht, dass wir uns da austauschen können und vernetzen können und wie auch immer. Und, ja, vielleicht schaffen wir auch das, was in den Kommentaren zum Video gestern schon so ein bisschen bemängelt wurde, dass die deutsche YouTube-Szene so, ja, ich möchte nicht sagen, dass sie in den Kinderschuhen steckt, obwohl doch schon, irgendwie schon, aber vielleicht schaffen wir das, diese, jetzt reden wir mal nicht von der YouTube-Szene, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Bleiben wir mal bei der Vlogging-Szene und vielleicht schaffen wir es, dass die Vlogging-Szene so ein bisschen professioneller wird und, ja, so ein bisschen reifer wird, wenn man es mal so nennen will. Also ich möchte jetzt irgendwie nicht das große Geschäft machen und dass wir uns alle vermarkten und an Firmen verkaufen und so. Es ist jetzt irgendwie nicht der Sinn, den großen Reifach zu machen, aber so generell insgesamt kann es irgendwie so ein bisschen reifern. Reifer, Erwachsener, Professioneller, so irgendwie in diesem Sinne werden und vielleicht hilft da die Facebook-Gruppe, um gemeinsame Events zu planen, um, keine Ahnung, das ist jetzt alles schon ziemlich weit gedacht, also mit den Events und so, das ist so weit sind wir alle noch nicht, aber, na, ihr wisst, worauf ich hinaus will, denke ich, und was ich sagen will und, ja, vor allem aber auch, um neue Leute zu ziehen und Leute, die interessiert sind am Vloggen, irgendwie zu unterstützen, so an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier, so kannst du es machen. Nicht, nie, so musst du es machen, sondern so kannst du es machen. Ich möchte nicht, dass es irgendwie so ein typisch deutsches Forum wird, wo Leute für vermeintlich dumme Fragen gehen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, kennen wir ja alle den Spruch, aber für Fragen, die für uns sehr simpel und einfach sind, dann wieder vollgemaulte, wie kannst du sowas fragen. Habe ich zu oft in deutschen Foren gelesen, deswegen bin ich in absolut keinem Forum mehr in Deutschland, ich finde das schrecklich, es ist überall gleich und habe ich leider auch zu oft schon in Facebook-Gruppen irgendwie unter Beiträgen in den Kommentaren gelesen und sowas möchte ich nicht. Ja, also lasst uns da mal so ein bisschen netzwerken. Wichtig ist, dass die Gruppe heute anwächst, dass wir mehr Leute werden, also alle Vlogger, die ihr noch kennt, bitte einladen und nicht einfach nur einladen, auch gleich sagen, warum, und wieso, vielleicht zu diesem Video hier schicken, damit es verstanden wird. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon. Dann brauche ich nachher gar nichts mehr aufnehmen, sehr gut, dann kann ich jetzt mit dem Hund spielen. Und dann fällt dir ein, dass du den Scheiß von gestern noch gar nicht gelöscht hast. Jetzt habe ich plötzlich wieder 13 Minuten Zeit zum Quatschen, bis die Speicherrader voll ist. Ah, scheiße, ich lasse das jetzt mit dem Handy trotzdem. Qualität wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein, aber so ist es nun mal. Sorry. Was ist passiert? Schlüssel ist weg, gucken. Ich will jetzt, wo schicht Nase. Windig ist es ja. An unseren Dörfern passiert der jeden Tag das selber eigentlich. Zum Beispiel, dass die Polizei beim Fleisch und Butterpassen muss. Seht ihr, da kommen sie gerade raus. Oh, Feierabend. Das war's. Oh, Feierabend. jetzt habe ich schon wieder über eine stunde damit verplempert hier irgendwelche youtube videos zu gucken da gehst du schon dann setze ich mich ans video kopf ich hab nichts vergessen heute zu sagen als ich im wald unterwegs war und dachte meine speicherkarte ist voll ja falls wir vergessen haben sollte und beim schnitt merken sollte schreibe ich mit in den beschreibungen unten rein ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis morgen